Hallo, ich bin der Drog. Wie die meisten von euch wissen, habe ich letztens Herr der Ringe die Gefährten Teil 3 hochgeladen. Wie, das hast du noch nicht gesehen? Schaust dir an, Mann! Bei der Erstellung des Videos habe ich mal wieder den Arbeitsprozess aufgezeichnet. Deshalb folgt nun ein Zusammenschnitt des kompletten Animationsprozesses in 100-facher Geschwindigkeit. Falls ihr euch für einzelne Szenen interessieren solltet, habe ich die verschiedenen Timecodes in der Beschreibung verlinkt, damit ihr zwischen den Szenen einfach hin- und herskippen könnt. Achso, und nicht wundern, Teile der Animation wurden live im Twitch-Stream animiert, deshalb sind im Video teilweise Einblendungen des Chats oder meiner Facecam. Ich bin übrigens jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr live auf Twitch, also schaut da mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und jetzt viel Spaß mit dem Making-of. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.